Die schießen nicht auf mich, wieso schießen die nicht auf mich? Sind die doof? Schießt ihr nicht auf mich, weil ihr doof seid? So, wir regenerieren ja Leben, ne? Wir regenerieren Leben, wir haben keine Rüstung, aber wir regenerieren Leben. Wir sind mutig. Ja, vielleicht ein bisschen übermutig. Hm, man, diese Hustenanfälle sind voll Moppe-Kotze. Ich hau euch mittlerweile so langsam aber sicher alle tot. Hier, komm, machen wir da noch einen. Haha, da haben sie sich selber abgeknallt. Ach, dammig. Ja gut, das war zu mutig. Hm, jetzt haben wir gar keine Waffen mehr. Unser erster Tod. Ich sag noch, ich bin zu mutig. Und renn dann da auch rein, ne? Pfff, das war clever. So, unsere Sachen brauchen wir wieder. Äh, ja, hallo, hallo, scharf. Ähm, das ist total scharf. Ähm, dadadadam. Boah, jetzt hab ich Kohle. Boah, jetzt hab ich Kohle. He. Ähm. Toll. Banzai! Ja, ja, ja. Ihr seid so cool. So. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. So. Okay, okay, okay. Ein bisschen was hab ich wieder geholt. Was haben wir denn? Hm. Okay, die Fackeln. Das ist schon mal gar nicht, gar nicht so blöd. Oh, dammig. Aus dem Augenwinkel, das Schaf hier. So. Ähm. Diese Spinne wird mich angreifen, weil es nämlich da unten dunkel ist. Das heißt, sie bleibt aggressiv. Tagsüber sind Spinnen ja nicht aggressiv. Außer in Höhlen. Mann, ich hab keine Waffe dabei. Es ist... Okay, äh, alles oder nichts, nutzt alles nix. Sieh, komm. Wir brauchen ne Waffe. Vorher brauch ich da gar nicht wieder reinrennen. Unsere Sachen sind noch da. Die bleiben etwa 5 Minuten liegen. Brauchen wir jetzt keine großen Gedanken machen. Äh. Aber... Natürlich mach ich mir schon ein paar Gedanken. So. So. Ill... Da. Wir brauchen... Was brauchen wir? Stücke, ne? Einen aber bloß. Einen Stock eigentlich bloß. Aber wir haben nur die Möglichkeit vier zu machen. Schwert! Ha! So, jetzt habt ihr schon mal verschissen, Freunde. Ähm. Der Mann ist bewaffnet und gefährlich. So. Gefährlich hauptsächlich für mich selber. Das brauchen wir denen aber nicht erzählen, oder? Na, das... Das... Das sagen wir denen nicht. Fäden. Ha! Danke, dass du mir geholfen hast, Freundchen. Das war aber nicht nötig. Das wäre so nicht nötig gewesen. Gut. Man kann natürlich jetzt sagen, okay... Wir sch... Da schalten die Monster ab. Oh! Das wäre ja langweilig. Das wäre ja... So, aber wir regenerieren kein Leben mehr. Haben wir was? Was zu essen inzwischen? Nee! Äh... Ach... Okay, einfach nicht sterben, ne? Einfach nicht sterben, Leute. Äh... Einfach nicht... Ups, was war das? Ach... Einfach nicht sterben. Äh... Äh... Ach... Ach... Einfach nicht sterben. So, und wieder gestorben. Aber, mühsam nährt sich das Eichhorn. So, wieder zurück. Aue. So. Eeeh, das sieht so lächerlich aus. Okay, wisst ihr was? Ähm, doch, ja. Lo, 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 lo. Oh, wo sind denn meine Monster hin? Ja, ich hab da... Ach, deswegen, ich guck dir mal an, was hier noch alles hinterkommt. Da geht's ja noch weiter in die Höhle runter. Ja, kein Wunder, dass die sich hier überall verstecken konnten. Na, das sind diese Massey Coppilestones, die ich meinte... Ja, gut, der Bogen ist doch despawned jetzt inzwischen. Schade eigentlich. Ähm, mehr. Hä? Ach so. So, dann wollen wir mal deaktivieren, diesen Spawner zumindest erstmal. Ja, jetzt haben wir Eisen, Eimer, genug Spinnenfäden für uns selber, um es selber am Bogen zu machen. Kakaobohnen, ja. Die konnte man früher nur aus diesen Truhen rausholen. Ähm, inzwischen wachsen die ja auch an Bäumen. Also, die sind jetzt nicht mehr wirklich selten. Man kann es nicht so sagen. Äh, unsere Schaufel ist despawned. Die haben wir nicht mehr. Ja, doch schon ein paar Gegenstände verloren, doch, wa? Ja, nutzt ja alles nix. So, okidoki. Ja, komm, das reicht. Nein, falsche Richtung. Das reicht jetzt auch. Wir haben unsere Klamotten wieder. Ähm, das heißt... Zack, hier kommen Optionen. Machen wir die Monster wieder an. Das ist es. Ja, Spawner ist immer blöd. Vor allem, weil da so viele sind und wir haben das da nicht ausleuchten können. Ach, Atze, was willst du erklären? Du hast versagt. So, holen wir uns erstmal hier jetzt, äh, eine Menge Sand weg. Naja, eine Menge. Wir brauchen ein bisschen Sand. Eine Schaufel haben wir nicht mehr. Sand und Erde und Bäume zum Beispiel sind eine der wenigen Items, die man auch so mit der Hand abbauen kann, ohne das richtige Werkzeug zu haben. So, ab nach Hause. So, Freundchen. Ne? Du da. Also, wir sehen uns gleich wieder. Husten. Danke. Äh. So. Ja, unsere Level waren auch weg. Das ist aber auch nicht ganz so wild jetzt. So, ja. Wir haben richtig viel eigentlich. Ähm, Scheren macht man so. Zack. Landwirtschaftliches Gerät kommt da hin. Apropos landwirtschaftliches Gerät. Neue Stickies braucht ein Mensch. Ähm. Hake brauchen wir neu. Dann, äh, was brauchen wir noch neu? Schaufel hab ich gesagt, ne? Schaufel brauchen wir neu. Brauchten wir neu. Äh, Schaufel, Hake. Eine neue Spitzhacke brauchen wir jetzt aus, äh, Eisen, ähm. Ja, Eisen nicht, aber aus, äh, Stein. So, ne, komm, die verbrauchen wir nochmal schnell auf. So, was wollen wir jetzt? Jetzt brauchen wir einen Bogen. Äh, Lüpp, 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 Lüpp. Reicht aber auch genau für einen Bogen. Ja, schöne Sache. Wir haben sechs Pfeile. Jetzt haben wir auch einen Bogen. Äh, und jetzt wird's dunkel. Äh, mh, mh. Ja, komm, wir trauen uns mal raus. Nutzt ja nix. So, wo war das Schaf? Da ist es. Komm her. So, ist Pfoten hoch. Ne, Clown hast du, ne? Ja. Gib mir all deine... Das ist aber wenig. Eine Wolle. Was ist jetzt... Hatte ich mir besser vorgestellt. Naja, mit Scheren kannst du... Ja, aus Laub, Laub Blöcke machen zum Beispiel. Ähm, du kannst, äh, hier... Na, schnippischnapp Ranken abschneiden. Und schnippischnapp Gras abschneiden. Und eben kannst du die Wolle von Schafen holen, ohne dass du sie töten musst dazu. Na. Mhm. Wo geht das? So, wo waren noch mehr Schafe? Da oben. Da ist noch eins. Warum mach ich das? Äh. Ah, aus Wolle und Holz können wir... Sag mal, bist du einfach von da oben runter gesprungen? Bist du bescheuert? Das tut doch weh. Oh, Mann. Musst du doch nicht tun. Alter, wir haben unsere Kekse verloren, ne? Oh. Doof, doof. Atze. Ja, nee, hier, das Deespawn noch lange nicht. Da haben wir Zeit. Ja, super. Ey, wenn ich wegen dir, ja, Kacknoob, wieder... äh, 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 Zombiefleisch essen muss, ja, dann... ...reagiere ich aber aggro. Äh, kommst... Schaf? Kommst du? Hm. Äh, doof. Ähm, war nämlich, äh... So, dann brauchen wir den da. Noch etwas, was man vielleicht wissen sollte. Ähm, Material hat ja eine Haltbarkeit, ne? Habe ich erwähnt. Äh, wenn man das falsche Material mit dem... Man kann es, man kann es ja wegmachen. Also, ich kann jetzt ja theoretisch auch den Baum... ...mit, mit, mit der Schaufel umhauen. Ähm... Das ist allerdings, äh, nicht das richtige Material. Und weil es nicht das richtige Material ist, verbraucht sich die Schaufel beim Abbau, äh, des Baums doppelt so schnell. Das heißt, eine Benutzung ist quasi zwei Benutzungen. Gut. Ähm, ja, gibt Schlimmeres? Ich weiß. So, in diesem Fall... ...nehmen wir die Feldhake. Das ist eigentlich das richtige Material. Ich kann es auch mit der Hand abbauen. Aber die Feldhake ist das richtigste Material, um, äh, äh, jetzt Weizen zu ernten. Zack. Also, das wäre in meinen Augen zumindest das logischste Material. Hat ja, bei vorhin noch keine Haltbarkeit verloren dadurch. Das heißt, der Abbau von Weizen verbraucht keine Haltbarkeit. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Baum muss jetzt aber doch weg. It's raining wood. Und da vorn regnet, der ist nicht zu knappe. So kriege ich den nicht auf? Ach, weil der jetzt hier... Der hängt jetzt so... ...buggy irgendwo rum. Okay. Ähm, whatever. Äh, so. Ey, hier von hinten. Freundchen, so haben wir nicht gewettet. So, aber jetzt, jetzt aber wirklich nach Hause, weil, ähm, wir haben ja nichts mehr zu essen, ne? Ne, ja, gar nichts mehr. Das ist, ähm, naja, Zombie-Fleisch halt. Okay. Eisen tun wir da rein. Das kommt jetzt alles da rein. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, so. Einen Weizen behalten wir über. Das reicht auch aus erstmal. So, fünf Wolle haben wir. Das ist nicht die Welt, aber ausreichend. Und, so. Ne, wenn ich Wolle auf Holzbretter tue, dann wird daraus ein Bettchen. Und wenn ich dieses Bettchen da hinstelle und mich dann da so rein... Ja, erinnere mich dran, erinnere mich dran. Das ist, äh, wollte ich immer schon wissen. Ja, ich bin, äh, verstorbst. Wenn ich dann die Tür aufmache... Ui, es ist Tag. Ha. Hallo, Tag. So. Miam, 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 miam. So. Machen wir unsere Rodung mal wieder ein bisschen weiter. Das ist der Nachteil, wie gesagt, wenn du, ähm, ein, ähm, Keks isst oder Kekse ist, allgemein, sie geben recht wenig Lebenspunkte wieder und du musst für, ähm, ja, ein Hungerpunkt eben ein Keks essen. Diese Zeit geben dir Monster, jetzt in Höhlen oder so, nicht unbedingt immer.